Das Relikt. Das verdiente Relikt. Wieder da? War ich weg? Mein OBS sagt alles in Ordnung. Und er jagte sie im Mond schon. Sieht aus wie Rufus. Welcher Rufus? Ich kenne nur den von Final Fantasy 7, aber so sieht der nicht aus, oder? Von Deponia, okay. Vielleicht ist das ja. Jetzt erfährst du die wahre Hintergrundgeschichte von Rufus. Alter, war das heftig. Junge, mein Herz. Und wie nett, dass mir das Schicksal das noch gegönnt hat, den wenigstens jetzt noch zu legen, weil eben der Run war ja eigentlich schon der Sieg. Kapitel 4 dann. Und ich sage also Kapitel 4 war jetzt auf jeden Fall das Ende. Also hier das Ende vom Kapitel und dieses eine Geheimgebiet da. Auf jeden Fall mit Abstand das schwerste, finde ich jetzt vom Game bis jetzt. Und meinetwegen kann es doch gerne das schwerste bleiben und jetzt wieder ein bisschen leichter werden. Wird aber nicht so sein. Befürchte ich. Ach ja, der gelbe Long, ja ja. Aber der ist auch Kapitel 4, ne? Also wir haben jetzt Kapitel 4 waren auf jeden Fall jetzt einige Bosse, die äh... Doch wird so sein im Sinne von wird leichter, meinst du? Oh, da ist die Geschichte, wie er zum Schwein geworden ist, der Arme. Oh ja, gerne, ey. Also gerne ein bisschen leichter. Oh, bitte jetzt nicht zu viel Mapse zeigen, ich will meine VODs nicht zensieren. Oh. 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 was ist da los ich muss dir was sagen ich bin eigentlich nicht nur ein Schwein ich bin eigentlich ein riesiges noch hässigeres Schwein ja kein Problem ich bin eigentlich eine riesige hässliche Spinne ok dann lass gegeneinander kämpfen ne die Oma war seine Freundin oder was da blickt doch keiner mehr durch das ist wer Rosige Wangen, graues Haar, abgeschlossen. Wunderbar. Junge, das vorletzte Relikt, Freunde. So, was sind die Belohnungen hier? 5000. Goldglühendes Auge. Goldfaden, aber wieso nur zwei? Gönn doch mal mehr. Himmlisches Band, da brauche ich aber auch zwei von, um die Rüstung zu bauen. Wundstahl, Goldblomkern, Geisteskern, Himmel durchbohrendes Horn. The posts of the court have stood unchanged, but the same seat might not always be held by the same immortal. So, too, the seven Spider-Guys. They boast an endless procession of generations. Ich sage jetzt schon mal nur, falls jetzt gleich mein Router wieder neu startet, werde ich den Stream beenden. Ansonsten werde ich jetzt eh auch gleich beenden, aber ich würde jetzt halt noch mir dieses Ding anhören und dann bis zum nächsten Schein, wo ich speichern kann, spielen. Aber falls ich gleich plötzlich weg sein sollte, sage ich schon mal Gute Nacht. Und dann ist der Stream auch vorbei, in dem Moment, wo der ausgeht. Mal keinen Bock auf so ein geteiltes VOD und auch keinen Bock, in siebeneinhalb Stunden VOD wieder runterzuladen, um dann da nochmal 20 Minuten dran zu hängen und das wieder exportieren und hochladen. Viel zu umständlich. Für so zehn Minuten. Okay, er ist ein hoher Unsterblicher des Hofes. Ist leider schon geteilt. Meinst du? Weil OBS sagt, sieben Stunden 40. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Bis seit acht Minuten live, krass. Hä, wie mies. OBS hat diesmal nichts. Nichts gesagt. Von wegen Internet weg. Na gut, aber dann ist es halt so. Ich werde es auf jeden Fall nicht hochladen, äh, nicht nochmal runterladen und zusammenkleben. Dann gibt es halt ein acht Minuten VOD. Das ist natürlich Abfuck. Aber kann man nichts machen. Ich war aber nicht mehr mitten beim Bosskampf, war ich nicht weg, oder? Das wäre das Traurigste. 40 Stunden habe ich jetzt? Wie, wo habe ich 40 Stunden? Im Wukong, oder was? Hä? Jetzt sagt Stream Elements mir plötzlich, ich bin live. Auch geil. Im Wukong, okay, witzig. So, das scheint es gewesen zu sein, ne? Kapitel 5, goldenes Kind, scharlachrotes Blut. Das letzte Relikt, Leute, ne? Oh nein, jetzt kommt das ultimative Zombieland, oder was? Jetzt wird es richtig ekelhaft. Geilo. Vorletzte Relikt? Ne, das vorletzte Relikt habe ich doch eben schon bekommen. Keine Spinnen mehr, ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Jetzt Walking Ape. Oh, es geht direkt, es geht direkt richtig los. Und das Schwein ist auf meiner Seite. Und 130 gibt einen, so ein Zombie. Und 130 gibt einen, so ein Zombie. Also, der kann jetzt gerne dabei bleiben. Immer schön mit so einem Wildschwein im Schlepptau, das wäre doch mal nice. Der macht aber nicht viel Schaden für so eine Riesensau. Wenn es da rum macht, hier komplett den Dick macht, null Schaden. Und da. Und da. Und da. Time wars, I guarded the Celestial River. With my boys 80,000 strong. And the puny revenants dare to impede me. That grand transformation of mine was the only reason you're still standing here. A proper kneel to show gratitude would be appropriate. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Sehr schön, hier ist der Anfang. Oh, das wäre natürlich auch klar, wenn es auch wieder ein bisschen geradliniger bleiben würde. Fände ich nicht schlecht. Und du hast jetzt Kapitel 5 schon abgeschlossen seit heute. Alter Suchti. Bleibt's komplett, was meinst du? Mit bleibt's komplett? Ja, hast du auch nicht. Hier, aber guck mal, ne? Oder ist in der Mitte auch noch ein Platz für ein Relikt? Dann ist es das vorletzte. Okay, wenn das in der Mitte auch noch ein Slot ist. Hey, guck mal, ich hab zwei Relikte noch gar nicht aktiviert. Auch beschissen. Aber das hier hatte ich doch schon mal aktiviert. Ja, das hier, das hatte ich doch schon ausgewählt. Nein, ich wollte es auswählen und konnte nicht, weil ich im Kampf war. Und deswegen hab ich das die ganze Zeit nicht ausgewählt. Oh Mann, bin ich ein Idiot. Erhöht die kritische Trefferchance des nächsten Angriffs nach einem Einnehmen von Medizin. Lame wirkt sich auf alle Gegner um das Ziel herum aus. Bleibt so straight. Geil. Jede ausgerüstete Mixtur erhöht die Lebenswiederherstellung des Tranks leicht. Aber ich glaub, Lame auf alle ist doch bestimmt nice, oder? Oder das? Ich nehm den. Alter, diese Relikte sind halt auch absolut nicht zu unterschätzen, ne? Die sind ja auch mega nice. Danke, dass du meinen dreifach aufgeladenen einfach so abgecancelt hast mit deinem Tackle. Also ich fand das letzte Gebiet von der Straightness her halt richtig geil. Deswegen kann das gerne... ...gerne so bleiben. Alter. Und selbst so ne triste Gegend, so ne trostlose Gegend sieht hier optisch einfach geil aus. Das Feuer sieht auch richtig gut aus, find ich. Leute, Leute, Leute. Das wird was geben. Fünf Level-Ups. Aber das entscheide ich mich morgen. Rüstung herstellen. Gibt's auch schon wieder was Neues? Heftig. Okay, ey, ja, irgendwo, ich hätt zwar immer noch Bock, aber ist zu spät. Ich muss jetzt, ich muss schlafen, sonst ist der ganze Tag im Arsch. Und ich hab ja morgen viel vor. Wukong spielen zum Beispiel. Alles klar, Leute. Ja, mi ist das jetzt dann doch noch das, wie du die abgebrochen hast vorher. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber gut, was willst du machen? Ich muss das mal beim Router irgendwie ausstellen, wenn das schon wieder ein Router-Reconnect war. Aber eigentlich ist, wenn der Router reconnectet, ist auch eigentlich, sagt OBS auch, Verbindung ist weg. Deswegen ein bisschen komisch. Ey, war sehr cool, find ich auch. Danke fürs Einschalten, Leute. Macht euch noch ne gute Restnacht. Und ich sag einfach mal, bis morgen. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.